Ich hatte heute das allererste Mal Unterricht mit einem brandneuen Lehrer und hab ihn sofort verahnt. Ich hab mein Freund irgendwie vor die Kamera gesetzt und hab dann so getan, als würde ich ihn jetzt führen. Und dann ging der Spaß auch schon los! Aber bevor ich euch das zeige, werdet ihr sehen, wie meine Axeln rasiert werden. Los geht's! Melli, bist du ready? Bin ready! Oho! Riecht gut? Ah, Aua! Männlichkeit. Pur. Leute, wenn ich euch auf das Schnee, ich versuche in einem Jahr 1 Minute Follower auf YouTube zu knacken. Deswegen abonnieren, wenn euch die Videos gefallen. Und, äh... Ich blute, blute ich fett? Voila! Ein Meisterwerk! Und jetzt entführe ich Emil! Ah! Ah! Kleine Morde am Rande! Ah! Ah! Ah!